Ebenfalls fordern sie einen, fordert die AfD einen, und ich zitiere wörtlich, unverkrampften Patriotismus. Und das finde ich sehr gut. Jetzt wirklich. Ja, warum denn nicht? Auch in Alltagssituationen einfach mal unverkrampft patriotisch sein. Hier, was weiß ich, mittags, wenn man sich nebenan einen Döner holt. Einigkeit und Recht und Freiheit. Auf der Toilette natürlich. Für das deutsche Vaterland, danach lasst uns alle streben. Und privat zuhause. Blöde deutsches Vaterland. Schlimme Bilder, aber wir wollten sie unbedingt zeigen.